Die Aargauer Regierung mit dem Soundtrack zum Leben. Exklusiv bei Radio Argovia. Jetzt mit dem Regierungsrat Urs Hoffmann. In Aarau war der Adler los, muss man leider sagen. Das war das Motto des eidgenössischen Volksmusikfest des letzten Wochenends in Aarau. Jetzt ist es leider vorbei. Der Adler, unser Aarauer Wappentier, hat sich am vergangenen Wochenende richtig ausgetobet. Für viele mit bleibenden Eindrücken. Musik verbindet und bringt Menschen zusammen. Sie verbindet Generationen. Menschen von verschiedenster Herkunft, aber auch von unterschiedlichsten Sprachen. Das Besondere am eidgenössischen Volksmusikfest in Aarau war, dass nicht nur Schweizer Musikgruppen auftreten sind, sondern auch aus Aserbaidschan, Bosnien, Bolivien und vielen anderen Ländern. Der Eröffnungsobenz stand ganz ein Zeichen der internationalen Volksmusik. Und hat vielen Besucherinnen und Besuchern gezeigt, jedes Volk hat seine Volksmusik. Wir Schweizerinnen und Schweizer sind mit Recht stolz auf unsere Volksmusik und unsere Musikkultur. Und mit dem gleichen Recht sind alle Menschen, woher sie auch immer kommen, stolz auf ihre Musik. Und darum gibt gerade die eigene Musiktradition, die niemandem so stark zum Ausdruck kommt wie der Volksmusik, gerade auch den Menschen, die unter schwierigen Lebensbedingungen leben oder ihr Land sogar haben müssen verlassen, Kraft und Zuversicht. Der gemeinsame Auftritt unserer einheimischen und internationalen Volksmusik hat uns in Aarau vor allem etwas in Erinnerung gerufen. Nämlich, dass Musik Ausdruck ist von einer Menschlichkeit, die unsere Welt zusammenhält. Und dass man diesen Zusammenhalt von allen Menschen, gerade auch an einem typisch schweizerischen Anlass, wie am eidgenössischen Volksmusikfest, hat mich besonders gefreut und beeindruckt. Der Arauer Adler hat damit ein schönes Zeichen gesetzt von Offenheit und Weitblick von uns Aargauerinnen und Aargäuern.